Nürnberg und Augsburg warten auch am dritten Spieltag der Deal ihre weiße Weste, die Thomas-Abo-Eistigers setzten sich an die Spitze. Mannheim dagegen unterlag Bremerheven. Eine erste Krise erleben die Wolfsburg-Grizzlies, die weiterhin das einzige Team ohne Punktgewinn sind. Bereits am Donnerstagabend bezwang Meister München Schwenningen und feierte im dritten Anlauf den ersten Drier der Saison. München holt ersten Drier Zum Auftakt des dritten Spieltags in der deutschen Eishockey-Liga, Deal, hat es mit dem ersten Drier für den Meister Eck Red Bull München geklappt. Das Team von Head Coach Don Jackson setzte sich gegen die Schwenninger Wildwings mit 3.1, 0.0, 2.0, 1.1, durch. Vor 3.180 Zuschauern im Eistadion des Münchner Olympiaparks traf der Kanadier Daryl Boll zum erlösenden 1.0, 32. Danach bauten Jonathan Matsumoto, 35. und Kies Auker, 44., den Vorsprung der etat-stärksten Mannschaft der Deal weiter aus. Stefano Giliatti, 48., schoss den Anschlusstreffer für die Gäste. Am Anfang haben wir unsauber und unkonzentriert gespielt, sagte Nationalspieler Annick Seidenberg. Die Mannschaft habe ein, zwei Tore gebraucht, um ins Laufen zu kommen. Der Sieg war enorm wichtig, sagte der 33-Jährige. In den ersten beiden Saisonspielen hatte München nach der 0.4 Heimpleite gegen Ingolstadt einen Overtime-Sieg gegen Krefeld eingefahren. Nürnberg jubelt, Katerstimmung in Wolfsburg. Wissermeister Grizzlies Wolfsburg steckt in der deutschen Eishockey-Liga in der Krise. Das Team von Trainer Pavel Groß verlor am Freitagabend beim D-Rekordmeister Eisbären Berlin mit 1.2, 1.0, 0.0, 0.0, 0.2, und kassierte im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage. Damit bleiben die Niedersachsen vor dem schweren Auswärtsspiel beim Meister Egret Bull München am Sonntag Tabellenletzte. Brenner Aubin schoss die Gäste schon in der ersten Minute in Führung, doch Berlins Nationalspieler Andere Rantl drehte die Partie mit zwei Toren, 44.0-46. Die Niederlage sei nach der 1.0-Führung, die bis zu Beginn des dritten Drittels hielt, unnötig gewesen, sagte Wolfsburgs Dorsten ankert. Es wird nicht einfacher. Wir müssen jetzt regenerieren und den Kopf frei kriegen. Neue Tabellenführer sind mit 9 Punkten die Nürnberg-Eistigers, die gegen die Dildoforegg beim 5.3, 0.1, 3.0, 2.2, den dritten Sieg feierten. Die Tore der Franken erzielten Thomas Gilbert, Marius Möckel, zweimal den Fox und Peter Pohl. Damit zog Nürnberg am bisherigen Spitzenreiter Adler Mannheim vorbei, der an eigener Halle beim 2.4, 0.1, 1.0, 1.3, gegen die Pinguins Bremerheven überraschend die erste Saison-Niederlage kassierte. Auf den zweiten Rang rückten die mit Nürnberg punktgleichen Augsburger Panter vor. Die Schwaben schlugen die Straubing-Tigers in einer torreichen Partie mit 5.4, 3.1, 1.2, 1.1.